Willkommen zu einem Team ohne Mates in meinem Incognito Account Travel Distance 200 Train Komm das nehmen wir mal. Wir schauen wo der Train ist. Hinter mir. Ja Hilfe. Wo kommen wir da jetzt raus? Ach ja, mit der Taste MW ich glaube ich bin, ne? Fliege ich jetzt in die richtige Richtung überhaupt? Nö. Der Train ist da vorne. Sag es mal so. Ich habe mich jetzt so krass verflogen. Kann ich ja nicht noch verlieren. Naja. Dann gehe ich jetzt mal da, als irgendwas gäbe es. Was ist denn jetzt für ein gelber Streifen? Ah, ich habe auch schon Ehigkeit nicht mehr gespielt. Aber ja, mein Sohn hat gemeint, ich soll doch bitte für ihn spielen. Ja, genau. Wieso bleibt denn das da oben hängen? War jetzt keiner, ne? Ist da irgendwas, ne? Ich glaube das war es dann auch hier. Was man sich hier so ein bisschen antun kann, das war es. Äh, was ist das da? Ja, dieses komische Waterbending. Ach komm, das war es. Ja, voll super. Na. Hat auch voll gut geklappt. Natürlich. Ich habe natürlich den Kasper angeschossen. Was ist das denn? Earthbending. Wisst ihr was? Was ist denn? Ja. Und jetzt geht's rein. Das ist es.. Ich habe nichts, was ich? Worte. Ich habe nichts zu sein. Ich habe nichts zu sein. Ich habe nichts zu sein. Wir müssen uns. Ich habe nichts zu sein. sehr schön diese bots richtig schlecht das hier ja eine echte woche Irgendwie sieht earthbending krasse aus. Irgendwie sieht earthbending... was ist denn das? Schauen wir mal ob hier noch sau auf mich ist. Hallo, oh ne, scheint nicht mehr sau zu sein. Schauen wir mal. Ja, wir haben ja schon gehört. Woah! Woah! Hey! ich glaube jetzt habe ich einfach nur unverschämtes glück ist das hier unverschämtes glück was ist das denn hier dann musste schon so sein dann musste schon so sein alles nachladen freunde immer nachladen nicht das nachladen vergessen auch so der scheint okay zu sein also krieg ich das jetzt nicht quatschen ich will doch gar nichts ja quatsch ich mal vielleicht keine ahnung weiß nicht was ich will ja 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 gar nicht geschossen mit dem ja schauen wir mal komm hier nicht weg ne ich komm von dieser gegend nicht wirklich weg ja 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 das ja ja Oh. Okay. Okay. Was ist hier los? Was ist denn jetzt? Was ist hier? 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 Irgendwie eignet sich zwar alles hier in der Nähe, aber ja. Was müsste ich hier tun, ne? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Ich glaube hier noch 30 Sekunden. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Vielleicht nehme ich auch nur gerade komplett Müll mit. Was ist hier? 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 Okay. jetzt sind sie noch wir sind nur noch zu zweit wir sind nur noch zu zweit und ich habe keine ahnung wo der letzte ist ok hat so ein ding mit dem herum fährt weiß nicht ob das irgendwas kann kann das irgendwas ja 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 Okay. Oh nein, 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 nein. Ah, so ne Kacke. Jetzt hab ich mich selber reingelegt. Hätte ich mal direkt frontal gekämpft. Naja, war aber ein nice Spiel. Mit 15 Erinnerungen, tschüss ihr Kekse.